I got lots of flavors, my kick game is major, more kicks than the players, call me a boss Leute, ich bin's wieder, Omnen, und ich gebe euch ne kleine News, dass ihr mir jetzt in diesem Video unten, äh, also, in die Kommentare, nicht anderes unten, ja ok, ihr könnt mir Fragen stellen, weil morgen kommt schon das 40 Abo Special, Frage und Antwort, und ich bedanke mich sehr, dass ihr mir 40 Abos gegeben habt, danke dafür nochmal, und wie wärs, wenn wir 100 Abos bekommen, dann könnt ich, wenn ihr wollt, noch ein Video machen, wenn ihr wollt, und, ach ja, abonniert's CreeperTim auch, er macht, er hat noch 100 Zahlen, aber die sage ich euch in der Beschreibung dann, oder in den Kommentaren, The CreeperTim macht so, coole Minecraft Let's Plays, äh, ist eigentlich ganz, gut, gut, ja, er macht sehr, sehr tolle Let's Plays, und ist auch sehr, sehr lustig, ja, und er hatte mich in einem Video erwähnt, das heißt, ich erwähne ihn auch mal, Also, abonniert ihn, er hat 37 Abonnenten, ist schon gut, und, äh, ok, ja, gib mir bitte Fragen in die Kommentare, und ich mach Frage und Antwort Video morgen, heute geht es sich nicht mehr aus, weil, ich muss noch von jemandem im Geburtstag fallen, ja, doch, Also, wir sehen uns morgen, tschüss, bitte, unten in die, unten in die Kommentare, äh, Fragen stellen, tschüss.